Ich habe schon mal die Playmobil-Presse gesehen. Darf ich mal fragen, ob jemand von den Öffentlich-Rechtlichen hier heute sitzt? Ist jemand hier? Nein. Es passt eigentlich, Entschuldigung, es passt eigentlich in das Bild, was ich gewonnen habe, dass man diese Art von Berichterstattung und von Datenanalysen nicht nennen möchte. Und insofern habe ich nur noch mal nachfassen wollen, dass hier von den Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich keiner sitzt. Da stellt sich jetzt die spannende Frage, wieso da von der Playmobil-Presse keiner auftaucht ist, wo ja das Thema gar nicht so unrelevant war, anhand von diesen Zahlen-Daten-Fakten. Und ich glaube, das sollte jeder für sich selbst beantworten. Bis zum nächsten Mal.